Okay, wir gehen. Wir sollten immer über John Gill sprechen. John Gill sagte, du beginnest zu sein, wenn du langer Zeit warmt, als du planst. Wie ist das? Dreckig. Also arbeiten viel vor. Ja! Komm nu! Läggert! Komm nu! Sådan! You can see it on the video. You can see it on the video afterwards. Komm nu! Okay, Matthias. Nede af hvile, komm! A resting point? No, there's no resting point. It's only on the other side. It's a long way. It is a resting point. It is a resting point, that one? It looks like it's resting point. Okay, okay, okay. Don't try resting on this slippery shit. But, yeah. We had to be... And now he's going out to play Jesus in the X. It's a fucking long way to the next grip on the right. My foot is wrong. Fuck. Yeah. You have to change foot. Yeah. Gør lige det. Hahaha! Ja, I'll try nok rundt på den der. Og så Mathias! Kom nu Mathias! Kom nu! Ud af hatten! Og ikke så langt, kom! Lovely. Und jetzt kann er erster. So far so gut, das war so ein easy part. Das war so gut. Das war so gut. Ich habe eine Website mit einem Norden, der hat ein guter Trainingssystem. Ich würde sehr gerne sehen. Das ist ein guter Trainingssystem. Das ist super gut. So, jetzt muss ich jetzt konzentrieren mich hier. Das ist wirklich ein bisschen süß. Du musst... Du musst ihn machen, wo sein Körper geht einen Weg, und er muss ihn in eine andere Richtung. Das ist das, was er jetzt. Er ist in eine Richtung, und sein Körper geht in eine andere Richtung. Sprech mit ihm, Matthias. Du musst, du schreit. Ja! Boy, komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Du gehst, Mann! Ja, Matthias. Ja, Matthias. Das ist krud. 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 Ein, zwei, zwei. Nein, nein, nein. Das ist krud. Nein, nein, nein. Das ist krud. Das ist krud. Ja, gut. Das ist krud. Ich habe es nicht geprugt.